Hey Savi! Zuerst einmal das Gesicht fundieren. Augenbrauen ein bisschen nach. Dann ein brauner Stift. Besten den vom Kick wie gesagt. Mit viel schmieriger Mine. Oben einsetzen. Und einfach runterziehen. Drei mal dünne Strichzellen. Dreimal dünne Strichzellen. Und dann, wenn es dünn ist, dick ausmalt. Schau, dass am Ende unten, da überall, dünn ist. Damit es wirklich aussieht wie eine Narbe. Aber. So. 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 Essensstift vorarbeiten. Einen schönen Tag. Und dann schwarzen Kajal nehmen, damit ein bissel Schatten reinkommt, vorsichtig, bis jetzt nur im Rund, drüber mal. Und dann schwarzen Kajal. Und dann schwarzen Kajal. Anschluss, Augenbrauen drüber gehen, und davor verschimiert es dann nur oder? Und da im ersten Umschluss die Ohren zum Schluss mit an. Flüssigen Kajal noch auf Augenlinie ziehen. Flüssigen Kajal und 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017